So, dann schauen wir mal, dass wir die Missionen zu Ende bringen. So, lege das C4. Keine Ahnung, warum vorhin die Missionen abgebrochen ist. Ich habe keinen Plan. Ey. So. Machen wir mal ein bisschen Rambo-like. Wo sind die Gegner? Okay. Wir haben zwar fast draufgegangen, wir brennen uns auch die Wunde aus, like Rambo. So. Ah. Oh. Hur. Hur. Und zack. Granatenspieler raus damit. Raus mit dem Dreck. Was? Kaputt damit, kaputt, kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt Jawoll Scheiße, ist hinter uns einer Ich glaube, jetzt gehen wir gleich drauf Komm, schnell, 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 rausziehen, rausziehen Nein, wir sind tot Like Rambo hat nicht geklappt Schade So, dann machen wir eine Mischung aus Stealth und Like Rambo Hä? Oh, what the fuck Was? Ich dachte schon, der fliegt auf einmal da, dieser Typ Dabei sind wir in die Seilrutsche runter Was war denn das jetzt? Warum konnte ich nicht schießen? Ah, ich hätte hier unten sowieso das C4 legen sollen Habe ich verpasst So, scheiß drauf jetzt einfach Komm schon Das muss doch hier irgendwie gehen So, ich wollte eigentlich Letzte Woche noch Die Mail an die Typen schreiben Aber ich habe es Verplant Schreib es jetzt dann in diese Mail nochmal mit dem Beweisvideo Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff Die Boote sind verladen Komm zu uns, wir sind abmarschbereit So, sind wir auf dem Boot So, sind wir auf dem Boot Ah, ich mache ein Raketenwerfer hier Jawoll Boah, fuck, ist es schwer zu lenken Wir kommen schon irgendwo hier hin Ah, fucking Ist jetzt auch egal Ich glaube, wir spawnen eh auf dem Boot Alter, eigentlich hätte ich Hey Jay, ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig Weil du musst sofort zum Boot zurückkommen Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff Die Boote sind verlassen Komm zu uns, wir sind abmarschbereit Okay Können wir vielleicht den Wingshook kurz einsetzen Wäre vielleicht nicht schlecht Na, sei rutsche Naja, so geht's auch Na komm du AJ Gale Komm Schwimm und kletter Oh yeah So Hä? Komische Rakete war irgendwie weg Fuck Schade, dass es keine Samtex gibt Der ist geil geflogen, der Penner Scheiße Hä? Was soll denn sowas? Scheiß Mörser Schauen, ob wir aufs Boot jumpen können Puh Na, scheiße Stimmt, wir haben ja hier eine MG Mach mir nicht blöd Job Oh, du Scheiße Ey, ich schieße doch auf die Fässer Jetzt kommen So Na, da hinten kommt ja der nächste Wagen Wer schießt denn die scheiß Mörser eigentlich? Ah, Batterie Wo sind die? Wo sind die? Jetzt kommt auf einmal kein Mörser mehr Na toll So So, geh ein Jawoll Beendet Okay Zabal hat keine Kontrolle mehr Und Batterie ist sicher vor seinem kranken Tarun Matara-Scheiß Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte Eine neue Zeit für Kyra Okay Eine neue Zeit für Kyra So, hier haben wir ein Konvoi oder so Das mache ich mal schnell, weil Warte mal, der ist doch hier gleich in der Nähe, oder? Jawoll Ach, bewaffnete Eskort, das ist kein König, der Konvoi Ratu Gadi Du hast Jumas Festung geschwächt, also nehmen wir mal Jumas Festung ein Wird mit Sicherheit cool werden Und ich habe eh noch ein bisschen Zeit in der Folge, also ist das sehr cool Machen wir das mal Hallo Ach, der Honigdachs Das gefährlichste Tier der Wildnis hier Huiten So, auf zur Festung Probier mal es unentdeckt Habe ich jetzt richtig Lust drauf So Scheiße Seht das doch einer? Jawoll, da haben wir einen Hey Jay Habe ich dir je von meinem ersten Double erzählt? Nicht der, den du abgemurkst hast Das war Nummer 3 oder 4 vielleicht Jedenfalls, der erste Jong war sein Name Hatte einen super Einstand Das Aussehen stimmte und er tat seine Pflicht Aber damals wusste ich noch nicht, was aus einem Mann wird, wenn er ich sein muss Der ist total durchgedreht Es waren nicht die willkürlichen Enthauptungen Und das Blut, das ihr getrunken habt Nein Es war ein sehr peinlicher Vorfall, als er in meinem Outfit In meinem Outfit dabei geschnappt wurde Wie er sich mit einem gefälschten Ausweis aus der Domrep und einem Pieskopf Chinesischem Namen nach Disney World einschleichten wollte Dieser Vollpfosten So Hier haben wir eine sehr vorteilhafte Position Schauen wir erst, wo die ganzen Gegner sind Sniper Juggernaut Penner 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 Okay Hoffentlich waren das wirklich alle Gegner Fangen wir mal an mit dem Sniper So, der nächste Der auch Bump Scheiße Na gut Was soll das? Warum verreckt ihr mich? Ja, scheiße Ganz ehrlich Jetzt spring ich in den Tod Sowas nervt mich Der Typ hätte verrecken müssen Ganz ehrlich Nicht mal schaden, ey Scheiß Sowas ärgert mich jeder mal Drecks Ja, scheiße Hey, ich hab hier gerade so eine Kugel Die liegt hier die ganze Zeit schon Die hab ich jetzt gerade aufbekommen Die ging irgendwie gar nicht auf Jetzt ging sie auf Da ist so ein Regencape drin So, scheiß auf Machen wir es nochmal Ja, mehr Zeit Bin gespannt bis zu welcher Folge des Let's Play hier geht Aber ich hab schon langsam mal Lust Es zu beenden Obwohl das Spiel mir trotzdem noch Spaß macht Aber Mal schauen Ob diese Spasten von Ubisoft Mir noch den Season Pass endlich geben Ich werde das Beweis Video Auf jeden Fall jetzt noch einschicken Mal schauen, wie sie dann reagieren Und Naja Muss ich mir was anderes einfallen lassen Dann noch Weil Irgendwann mal gibt's mal Ärger für die Das kann ja wirklich nicht sein Mh 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 Zjub 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 Oh nee, steht da unten nicht Irgendwo vor dem Haus noch einer Ich hab ein Präsent für den Juggernaut Muss nur still stehen bleiben Dann kann ich ein Ein Direct Hit geben Hä, ich hab grad hier irgendwie ein Laser Achso, das war von meinem eigenen Scheiße, das ist noch einer Ich hab ihn echt getroffen Geile Scheiße Na, bleibe mal stehen Schauen wir mal Ob hier noch irgendwo einer ist So, jetzt haben wir ihn Jetzt haben wir ihn Der war am Arsch Ah, der ist irgendwo da unten Mal schauen, ob wir hier irgendwo rein können Oh, der hat uns fast gesehen Ist auch irgendein Köter noch, hab ich gehört Komm raus, damit ich die Köten kann Puh Und, war's das? Oder Nee, scheint's noch nicht gewesen zu sein Schade Wahrscheinlich ist das ein echter Köter, ey Ja Ja Es wird schon der Köter sein Der übrig ist Puh Naja Einem Köter So, dann gucken wir nochmal kurz Was wir hier für Missionen bekommen haben So, was haben wir denn hier Außenpostenmeister Propaganda Poster Auge um Auge Okay Ja, alles klar Das war's mit der Wo Staats Eww Eww Uh 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 Uh